Aber erst mal tauschen wir Bögen gegen Geschirr. Beide bieten dasselbe an, also ist das egal, mit wem wir Hand treiben. Und ja, hier geht's nicht weiter. Also zurück. Den Fleck da auch noch aufdecken, auf jeden Fall. Oh, die Frauen haben es hier unten wohl nach oben geschafft zurück, ja? Entweder das oder sie verhungern da unten. Na, sie sind immer noch alle vier da unten, okay. Die Garte Pfarrei steht schon eine Weile leer, ist okay. Ja, Bögen sind bald alle eingelagert, das heißt es wird bald nur noch Bier und Gold transportiert werden. Da, ja. Ja. Ja, Bögen. Ja, Bögen. Ja, Bögen. Ja, Eisenwerkzeuge werden auch gemacht. Sehr gut. Wir lassen erstmal alles an Eisen aufbrauchen für die Eisenwerkzeuge. Das heißt, das Eisen hier oben, das Eisen hier im Hauptlager, das eine Wasserrein geliefert hat. Und dann werde ich ihn wieder Eisen schürfen lassen beziehungsweise erstmal gucken, ob er noch Eisen herumliegend findet. Kleiner Bär ist Holzfäller. So, wenn wir Nahrung brauchen, finden wir da oben welche gleich. Nachher. Oder hier. Ah, essen wir sicherheitshalber gleich hier. Ach, hier ist auch eine Waldgrenze. Solche Kartenrenner finde ich realistischer als einfach ins Leere gehen. Mein Bauarbeiter ist ja erfahren, kann trainiert werden. Gut. Du nimmst damit sie voll schlafen, ist auch okay. mehr Bögen sind da. Ja, Bögen sind da. Gut. Gut. Dann ist hier noch mal. So, du kannst trainiert werden. So, hier können wir nicht mehr aufdecken. Das heißt, wir laufen als nächstes da hin. Das war nicht das einzige Lagerfeuer, gell? Da ist noch eins, genau. Du kannst trainiert werden, das ist gut. Ja, Leder wird langsam wieder mehr. Irgendwann kann ich den nur noch in der Schusterei arbeiten lassen. Zum Stiefel machen. Wie jetzt zum Beispiel. Mach mir mal einen neuen. Oh, wir sind fertig mit den Straßen. Sehr schön. So, dann bauen wir neue Straßen. Ah, hier. Und hier rüber. Alles andere ist bereits vernetzt, nicht wahr? Ja. Sehr gut. So, das sieht zauberer aus als Straße. Kannst du das schnell gleich wieder aufgehen? Wir müssen eine andere Straße bauen. Also, ja, ganz ehrlich, da ich meine Siedlung immer so klein halte, was die Leute angeht, vielleicht mal eine Bäckerei vollkommen aus. So, Eisenwerkzeuge werden hergestellt. Ist ja schön, dass sie untereinander alle neutral sind. Mal sehen, wie ich mir dann nachher alles zum Feind mache. Stell nochmal einen neuen Schuh her. Nehmen wir ein bisschen Schuh über Fluss als unter. So, jetzt dürfte eigentlich nur noch Bier eingelagert werden. Lassen wir sie noch ein bisschen Bier einlagern, ruhig. Wo ist dein Arbeitsplatz? Ah ja, du bist, arbeitest hier. Du wirst nachher wieder meinen Händler. So, Tag, Pison. Der andere wird mein Träger in der Bogenwerkstatt. Du wirst mein Träger in, also nicht du, sondern von den beiden Kasernenträgern wird der eine verheiratete Träger im Hauptlager erstmal und holt aus der Bogenwerkstatt Zeug. Haufe ich mal. So, du kannst mal wieder den Tisch da machen, bitte. So, du arbeitest in der Bogenwerkstatt. Und du arbeitest hier. Ach, du bist schnell. Das heißt, du, Bogen machen. Du, Arbeitsbereich hier, direkt vor dem Bogen machen. Straßen werden gebaut. Jetzt brauche ich fünf neue Männer. So, ich glaube, das müssten fünf sein. Ich habe ja auch nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wohnhäuser. Wenn es sechs werden, ist es auch nicht schlimm. So, hier ist die Prärie. Ja, wie sonst... Sie sind nachzunehmen. so kinder kommen rein so zwei machen noch liebe drei haben schon kinder und das hier ist der zweite januar stamm so der schuster hat die gewünschte warenmenge hergestellt ich will jetzt gerade kein leder mehr machen weil ich nicht weiß was passiert wenn ich zu viel leder drin habe und ich muss ja nur 70 leder einlagern können ja wenn ich die beiden indianer stelle miteinander vergleiche sie sind beide gut ausgerüstet also haben beide donner türme und so also wenn ich die angreifen wollen würde hätte ich sie nicht von vorne angreifen jedenfalls nicht ohne die nötigen schwertkämpfer so dann noch hier aufdecken am besten erst mal ihrem lager ein wegweißer errichten ich sollte wirklich fast schon die nehmen weil die einfach näher an mir dran sind und könnten die mich auch eher angreifen bei denen weiß ich jedoch nicht okay sie können nicht sie könnten hier untenrum in meinen lager eindringen das ist nicht so toll